Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Frozen Synapse und ja, letztes Mal war die Kirche mit der Dämonenbeschwörung oder so ähnlich und dieses Mal sind die komischen gelben Elektro-Gitter, gucken wir einfach mal an, was sie uns erzählen. Ja, irgendwie veränderte Realität. Okay, wir müssen da rein und die Roten umballern, das hört sich gut an. Wir müssen nur da rein, aber umballern ist, glaube ich, ganz gut. Gut, okay, das Ganze sind keine Laserschranken, sondern Auslöser, die ich da vorne ausmachen kann. Also, habe ich nur 10 Züge? Stand da gerade 10 Züge? 10 Züge ist wenig, oder? Naja, ich sehe, es gibt 5 Gegner, einer mit Raketenwerfer, das ist nicht gut. Wieso lösen die das nicht aus? Das ist unfair. Naja, das Sinnvollste ist vermutlich, wenn ich als erstes hier untenrum versuche, dorthin zu kommen. Darin ist nur der gefährlich. Der kann mir egal sein und er auch relativ. Du gehst auf jeden Fall bis hier hin. Was mache ich mit ihm? Gehe ich darauf, dass die 4 rauskommen und lasse ihn erstmal hier stehen? Das ist, glaube ich, sogar sinnvoller. Das mache ich hier hin. Bei dir canceln wir das alles. Gehe es in die Richtung und probieren wir es einfach. Wieder munter drauf los und gucken, was passiert. Ich habe inzwischen auch gesehen... Oh, das ging schnell. Das ist schön. Brauche ich ja nicht direkt zählen. Deine Feier. Okay, du bist immer noch ein merkwürdiger alter Mann. Lose unit to a rocket. Das habe ich geschafft. Bin ich froh darüber? Shit. Ich wollte eigentlich nur Restart drücken. Egal, aber ohne eine einzige Fernkampfeinheit bei dem Gelände... Darum starte ich direkt mal neu und ich sehe schwarz. Ja, danke. Ja, regenerate. Das will ich. Nun gut, was ich gelesen habe, dass der Singleplayer ganze 55 Missionen hat. Und 55 Missionen ist eine ganze Menge. Ich habe ja bislang... Ich habe ja bislang... Wo bin ich? 10? 15? Also, dass das auch schon 30 Stunden oder so dauert. Und... Ja, wenn das so ist, habe ich hier noch ganze Zeit, Rappen zu knabbern. Okay, der Punktraum scheint immer gleich zu sein. Und das ist auch wieder da unten. Ja, aber das gefällt mir eigentlich auch schon besser. Ich kann... Mit ihm gehe ich... Dorthin komme ich bis da. Jo, ziemlich genauer zum Ende. Er sollte dann fast schon den nächsten Zug da rein. Es gibt so gut wie keine Möglichkeit, dass er irgendwie beschossen wird. Sehr schön. Auch wenn der Gegner es nicht auslöst. So reine Logiküberlegung. Der hat einen scheiß Job da. Das kann ihm doch keinen Spaß machen, die Position. Jesus. Naja, ich muss auf jeden Fall aufpassen, wo schießt er hin. Das stelle ich dafür erstmal ein. Den bewege ich dort. Das ist so ein verdammtes Glücksspiel. Ich könnte versuchen, hier hinzugehen und... Das ist zu befürchten, dass der sich wegbewegt. Er könnte natürlich auch auf die beiden Wände hier schießen, aber... Da muss ich einfach mal hier hingehen und... Natürlich könnte er andererseits auch zum Beispiel da hinschießen. Was passiert dann? Der macht mit einem Schuss mal eben das Ganze fertig. Aber da will ich mal kurz was ausprobieren. Wenn... Was passiert, würdest du... Da hinschießen. Da hinschießen. Wait. Nein. Ne. So. Die ganze... Das ganze Teil explodiert mit den... Äh... Explosions... Linien... Lasern. Oder nochmal zum einem letzten Test. Wir schießen dagegen. Kaboom. Holy shit. Holy shit. Das ist krass. Dann geht... Hey. Nein. Ich will dich auswählen und du gehst... Ja. Da rüber. Obwohl... Schaffst du's bis da? Ja. Obwohl... Wenn du's bis da schaffst, dann schaffst du's auch fast bis da. Und wenn nicht ganz bis da, dann ist auch egal. Je nachdem, wie du dich draufsetzen sollen, dass er's wegballert und den Maschinengewehrfritzen da links hinter das Glas bringen. Aber boah, das Teil kann ja den halben Level mal eben schnell wegputzen. Hä? Ah, doch. Sie lösen's selber aus. Dann hatte er wirklich einen beschissenen Job. Okay. Das sollte nix treffen. Ähm. Hatte ich das nicht weggemacht? Wollte mich doch verarschen. So. Ähm. Nein. Du gehst bitte untenrum. Nur zur Sicherheit. Ne. Wobei... Ist eigentlich ziemlich egal, oder? Ich mein, der... Tun wir einfach nur so, als hätte er da eine Sichtlinie durch. Aber durch zwei Fenster. Ne. Du kannst doch obenrum. Da wird nix passieren. Ne. Ja, ich will jetzt auf jeden Fall ausschalten. Sonst haut er mir das alles auch in einen Schuss weg und... Das ist krass. Ach ja, und du kannst es wieder abhauen. Ne, das will ich nicht. Ähm. So wie der da steht... Kann ich relativ sicher dorthin... Ähm. Den Umweg brauchst du nicht gehen. Kann ich eigentlich sogar hier ins Offene gehen. Der sollte... Ne, da kriegt er nirgendwo eine Schusslinie hin. Und so schnell kann er nicht nachschießen. Also gehe ich hier ins Offene und gucke mal, ob ich ihn stellen kann. Und dort ist das Ende. Aber ist kein Problem. Bleibt noch er. Für den Moment bewege ich ihn auch mal dorthin. Ja, wenn er in die Richtung guckt, reicht das. Und gehen wir weiter. Mein Gott, war der letzte Zug gut, wie ich den Typen da oben ausgeschaltet habe. Ich hoffe, die Musik ist diesmal lauter. Ich habe letztes Mal die ganze Zeit gesagt, ich hoffe, man kann sie hören. Und man konnte sie nicht hören. Ähm. Okay. Der geht. Wie sollte noch ein Aim drin schießen. Naja. Und das ist jetzt erstmal keine Gefahr. Dadurch kann ich... Mit dir... Ne, nein. Nicht gar nicht. Würde ich so außen rum gehen. Gut. So. Habe ich dir nicht gesagt. Hey. Dass du hier runter gucken sollst, damit ich sehen kann, ob du irgendwas durch die Fensterscheiben machst. Aber... Das dachte ich mir, dass das zu schnell geht und zwei Fenster... Ähm... So, mit dir mache ich... Stand... Stand... Gehst da hin. Erstmal alles wechseln. So. So. Vielleicht ist das schon zum Zielen darüber. Nein. Du gehst bitte da hin. Schieß da drauf. Und... Und naja. Und mit dir gucke ich, was passiert, wenn du geradewegs auf ihn zu rennst. Ich will den Typen tot sehen. Sehr schön. Ähm... Natürlich könnte... den Hauchstritten in diese Richtung gehen und dorthin... Probieren wir es einfach mal. Okay. Und er könnte da hin, dann kann er nur die vordere... Auf die Entfernung kann er ihn nicht treffen? Seriously? Ich meine... Er ist so knapp. Ups.